Hallo liebe Mutsis, ganz kurze Durchsage bevor die Folge losgeht. Wir haben neue Tourdaten von meinem aktuellen Solo-Programm Zero. Und mit neu meine ich so ziemlich die letzten. Vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, aber das, was ihr jetzt hier seht, falls ihr es schaut, und das, was ihr sonst seht, wenn ihr auf einen Link unten drückt, das sind so ziemlich die letzten Tourdaten. Die meisten davon sind schon im Vorverkauf auf www.joelvonmutsenbecher.ch Was ich jetzt nicht will, abtippen kann, wie gesagt, bei den Show Notes, also im Link unten, einfach draufklicken, und dann kommt man auch da hin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei einem von diesen Terminen noch dabei seid, und wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit der aktuellen Folge. Hey, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Dritte Folge. Dritte Woche. Von unserem Summer Special. Ja. Heute ist es ein bisschen kälter. Ja. Du musst etwas drüben ziehen. Ja, du musst eine Jacke anziehen. Ja. Ich habe es heute Morgen unterschätzt. Ich habe gedacht, es ist so warm wie die letzten zwei Wochen. Ja. Ich bin mit den Shorts und dem T-Shirt. Das T-Shirt habe ich auch siebenmal übrigens. Ja, ja. Und bei Hause hat man gemerkt, es ist ein bisschen kalt. Ein bisschen kalt heute. Aber du, wir schaffen es. Ja, ich habe zum Glück den Wetterbericht immer gesagt direkt. Absolut. Es ist ja, was ist jetzt Ende Juli, ja? Ja, ja, mindestens. Ja. Dann schau mal, ja. Nein, ich glaube, es kommt etwas an. Ja. Wir haben ja die letzten zwei Folgen intensiv über Comedy geredet. Ja. Und wir haben gesagt, wir machen es jetzt ein bisschen weg von Comedy. Sondern mehr viel gut, aber sehr, sehr klein. Mhm. Also nicht die ganz grossen Themen, sondern die kleinen Freuden im Leben. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du letzte Woche gesagt, eins davon ist, Geld in der Sofa zu finden. Ja, das ist eine sehr grosse Freude, aber eine sehr kleine Sache, die die grosse Freude auslöst, ja. Genau. Was sind so kleine Freuden in deinem Leben? Hey, es sind Sachen, wo ich mich selber überrasche, amix, wo ich sage, hey, da ist jetzt, weisst du, zum Beispiel, ich bin irgendwo unterwegs und mein Akku ist leer und dann schaue ich in den Rucksack panisch und merke, hey, da ist das Akkuladekabel eingepackt. Ja. Und dann überrasche ich mich selber für meine Weitsichtigkeit und das freut mich. Lobst du dich dann auch für die? Ja. Ja. Das bin ich jetzt gerade am Lehren. Weil was ich bis jetzt immer gemacht habe, ist, ich habe mich immer fertig gemacht für etwas, das eine Ding, das ich vergessen habe. Ja, doch, das ist schon immer noch. Und das probiere ich jetzt umzumünzen in, ich lobe mich mehr für halt alle die Sachen, die ich nicht vergessen habe, oder? Und das ist wirklich so ein ganz kleiner Moment gewesen, das ist dann vielleicht eine kleine Freude von mir, wo ich irgendwie habe müssen, ich habe sie packen, ja. Und ich bin irgendwie im Zeugs und man macht ja dann irgendwie alles gleichzeitig und mein Ding ist gewesen, ich mache jetzt das Espresso-Taschen bei meiner Maschine hin und ich lasse den Espresso raus, aber in der Zeit packen. Dann pack ich noch schnell, weisst du, an einem Sonnencreme, ja. Lass das laufen, hol die Sonnencreme, mache sie in die Tasche, gehe zurück und der Espresso ist auf dem genau richtigen Stand und ich drücke Stopp. Und dort habe ich mich dann eben beglaubt, habe ich gefunden, shit, so, der Hausi würde sagen, bist du ein guter Guy, bist du ein guter Typ, oder? Und dort habe ich das so kurz gehabt und dann habe ich gemerkt, ah, so muss ich das jetzt machen. Statt dass ich dann eben gegangen finde, ich habe sicher etwas vergessen, du Trottel hast wieder etwas vergessen und dann findest du irgendwann raus, was du vergessen hast, bin ich dann nachher, bin ich zu Janik und dann habe ich das erzählt und ich so, und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe heute nichts vergessen, weil ich habe mich in dem ganzen Prozess, habe ich dann aber gelernt, mich ab und zu zu loben und zu sagen, hey, jetzt hast du sogar die Brille hineinpackt und eben das Ladekabel oder was weiss ich. Und durch das ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man etwas vergessen hat. Ja, voll, du hast wenigstens etwas auf der anderen Waagschale und das ist nicht ganz alleine, nur negativ. Richtig, so. Also darum, das ist zum Beispiel eine kleine Freude, die ich jetzt da habe. Und du hast es, wenn du dich überrascht hast, ja? Ja, ja, manchmal wirklich gewisse Sachen an ihren Platz und ich suche dann etwas und suche es an allen anderen Orten und wenn ich es dann an dem Ort gefunden habe, habe ich gesagt, hey, da hat er gehört es sogar. Voll geil. Ich mag es so kurz sehen. Nicht schlecht. Hast du es dann auch wirklich an dem Ort gemacht? Ich weiss es nicht. Nein, ja, 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 amigens passiert es so ein bisschen von Zauberhand, dass es dann herkommt. Aber gleich kloppt man sich so. Ja, das ist jetzt gut gewesen. Was ich eben auch gelernt habe und was eben hilft, für das sich selber überraschen, ist, ich bin früher, bin ich immer der Typ gewesen von, äh, wieso heute machen, wenn ich es am Morgen machen kann, oder? Und die Leute sagen immer, was du heute kannst besorgen, bla, bla, bla. Und das habe ich nie ganz verstanden. Was ich aber dann irgendwann gelernt habe, ist, du machst es ja trotzdem für dich. Das heisst, du machst es eigentlich für dich am nächsten Tag. Ja. Also so etwas Simples wie, die Geschirrwaschmaschine ist zu oben schon fertig, statt dass ich sie am nächsten Morgen ausräume, tue ich sie am oben noch ausräumen für den Dude, der am nächsten Morgen aufsteht. Und dann stand ich auf, gehe in die Küche und habe die schon ausgeräumte Geschirrwaschmaschine. Und bedankst dich am Dude von gestern. Und finde es so geil. Sehr gut. Und das ist eigentlich, früher war es bei mir, so, der Besoffeni hat das gerne gemacht. Der Besoffeni hat das gerne gemacht für den, am nächsten Tag für den Katerti. Ja. Da hast du irgendwie schon etwas vorbereitet. Ja. Das ist irgendwie so der Klassiker, am Vierjahrmorgen findest, ich koche jetzt noch etwas Kleines. Ja, ja. Dann machst du schnell ein Hackbrot oder so. Das ist ja dann eigentlich mehr für dich am nächsten Tag. Ja, ja, ja. Als für dich in diesem Moment. Ja. Ja, für die Kateren das ist wirklich etwas. Wenn du wirklich so betrunken bist, wachst du am nächsten Morgen auf und du sagst so, hey, ich bin in meinen Schlafsachen, das Zeug ist hier zusammengelegt, alles ist bereit, das Handy ist eingesteckt. Genau. Und das habe ich gemerkt, das kann ich ja eigentlich auch in einem normalen Zustand, kann ich das ja auch machen. Ja, ja, ja. Was hast du sonst für kleine Freude? Hey, kleine Freude sind, wenn zum Beispiel der Zeitplan gut aufgeht. Ja. Wenn ich, ich bin zum Beispiel gestern in der Stadt gewesen, also wieder mal auf Winter, habe ich Haar schneiden, habe ich einen Reiseführer kaufen und Sachen machen. Aber für das Haar schneiden ist das nicht mehr gelegen. Doch, doch. Also, das ist die geschnittene Version. Kleiner Witz. Und nach dem Arsch schneiden habe ich wirklich Bücher geholt und alles gemacht und wirklich so meine Tour gemacht und dann auf die Uhr geschaut und perfekt auf den Zug. Ohne Stress, ohne nichts. Das ist da, das sind kleine Freude, wenn ich merke, ich habe mich gut geheimt. Mein Zeitplan ist aufgegangen, ich muss nie auf den Zug oder auf den Bus rennen. Das sind zum Beispiel schöne Momente. Und ist das etwas, was sich mit der Zeit verändert hat? Ja, also ich habe mittlerweile, ich bin so ein ÖVler, dass ich alles läuft nach dem Zeitplan, wenn die Zug kommen. Aber dort hast du ja auch genug Zeit einberechnet. Ja, mittlerweile bin ich dort schon besser als früher, bin ich wirklich auf alles gerannt. Ich auch. Also, mein Fitness ist nur das gewesen. Ich bin nur gerannt auf Zug und Bus. Und das Schlimme ist, man hat es ja wirklich mit dem auch eingeplant. Man hat einfach schon mit Rennen eingeplant. Ja, 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 wirklich. Also um 12 Uhr fährt er und du bist erst auf die 12 Uhr erst bereit und dann musst du rennen. Du hast nie die Wohnung gesehen, wo ich früher gewohnt habe, die ist gerade neben dem Bahnhof gesehen. Aber eben mit gerade neben dem Bahnhof meine ich eine Tramstation, nachdem du auch noch 50 Meter gelaufen bist. Ja. Bis zur Tramstation. So, das heisst, normal laufen wäre 10 Minuten. Ja. Trotz allem. Vor allem bis zum Zug. Aber für mich ist es so gewesen, ich wohne ja am Bahnhof. Das heisst, ich bin 10 Minuten bevor der Zug gefahren ist, bin ich noch zu Hause gesehen. Ja. Und immer, immer gerannt und so jedes zehnten Mal natürlich auch der Zug verpasst. Ja. Und es ist so bescheuert eigentlich. Absolut. Aber ich habe es immer so gemacht und es ist alles so einberechnet gesehen. Das heisst, wenn in dieser schon sehr, sehr übertrieben berechneten Zeit auch nur etwas Kleines passiert, was ich natürlich immer sehe, ist irgendwie, keine Ahnung, wo ist mein Handy? Es ist im Kielschrank. Oder weisst du, so ein Klassiker. Und dann geht der ganze Zeitplan nicht mehr offen. Wirklich. Das ist so, also ja, absolut. Das ist, glaube ich, in dieser Prozessmanagementwelt heisst das der kritische Weg. Ja. Da darfst du nicht irgendwo einen Verzug haben, weil sonst ist alles daneben. Und ich habe immer nur den kritischen Weg angeschaut. Das hat nie einen Puffer, der mal sagt, lass doch 5 Minuten noch einmal. Nein, es muss immer, der Zug fährt dann, ich brauche 10 Minuten und dann gehe ich sicher nicht 11 Minuten voraus. Das ist, glaube ich, auch ein grosses Teil von kreativen Menschen. Ja, ist so, dass sie sich nicht... Ich hasse halt warten auf Sachen. Ja. Ich lasse viel auf mich warten. Das ist so wie das kreative Gegending. Und ich wollte immer einfach, dass es sofort losgeht. Ich wollte keine Sekunde müssen. Wieso soll ich zufrieden dort sein? Und eben alles auf den letzten Drücken machen, das hat, glaube ich, auch damit zu tun. Also prokrastinieren, bis du wirklich in diese tödliche rote Zone kommst. Und dann im Stress alles musst du erledigen. Immer. Immer. Ich habe immer panische Angst gehabt, zufrieden zu sein. Angst gehabt, zufrieden zu sein? Ja. Ich habe immer gemerkt, dass es mir mehr Stress gibt, als zu spät zu sein. Und was ist... Also, von was hast du Angst, wenn du zufrieden bist? Hey... Ich weiss nicht, wie man es genau nennt, aber es ist wirklich so eine... Eben so... Fuck! Und dann bin ich alleine dort. Und eben muss warten. Das hat mir immer Angst gemacht. Jetzt weniger. Jetzt ist es auch so... Das ist doch auch mal cool. Und das Geile ist, es geht ja dann meistens auf. Es ist ja nicht so, dass du eine Viertelstunde zufrieden bist und du weisst nicht was machen. Du zum Beispiel heute bist eine halbe Stunde zufrieden. Ja, das hat mit den Zugverbindungen zu tun. Also, so ganz kleine Feelgut-Sachen sind halt, wenn man sich... Zum Beispiel Duschen. Ja. Duschen ist so etwas... Also, es ist wie so eine Art Detox. Ich stelle mir auch vor, dass so die Lasten auf der Schulter so wie so abgeflaschen werden und alles so weggeht. Und ich bin wirklich ein Genussduscher auch. Und das ist so etwas von mir wie so ein Neustart, dass es so ein vitalisierendes Gefühl gibt. Das habe ich sicher schon erzählt in deinem Podcast. Aber ich stelle mir bei so ziemlich jeder Dusche, stelle ich mir vor, es ist meine Letzte. Wirklich? Aber ich schaffe es wirklich. Dort ist halt ein von den Momenten, wo man das bewusst machen kann. Es heisst ja immer so, lebe deinen Tag. Ja. Das ist ja nicht effektiv möglich. Also, ich würde nicht funktionieren, wenn ich wüsste, es wäre mein erstes Tag. Nein, ich habe nicht. Aber ich habe gemerkt, bei kleinen Sachen kann man das auch implementieren. Und eben Duschen ist jetzt etwas von meiner absoluten favorite Sachen überhaupt. Dass ich wirklich einfach mir vorstelle, das ist das letzte Mal, wo ich dusche. Und dann ist es so geil. Ja. Und ich mache immer am Schluss kalt. Ja. Ah, wirklich? Immer, immer. Seit acht Jahren jetzt, glaube ich. Und es gibt auch nochmal so ein zusätzliches. Immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt gibt es mir nichts mehr. Wird es meistens wieder Winter. Ja. Wo es dann gleich wieder ein bisschen mehr eine Herausforderung wird. Um es zu machen. Oder? Wenn es so heiss ist wie die letzten zwei Wochen. Nicht wie heute. Aber sonst. Dort dusche ich dann zum Teil auch von Anfang an. Kalt. Ja. Auch noch geil. Aber es gibt eigentlich nichts Schöneres als eben das Gefühl von. Oh, das könnte meine letzte Dusche sein. Oder öffnet sich das so. Ja. Ich verstand schon auf einem Sublevel, dass es wahrscheinlich nicht meine letzte ist. Weisst? Mhm. Aber trotzdem so mit diesem Gedanken dann effektiv so das Wasser auf einem runterprasseln lassen. Und zum Beispiel Musiklose gerne dazu. Hast du so ein Büxchen, das wasserdicht ist? Und? Nein. Meine Wohnung ist sehr speziell, weil quasi meine Dusche in der Stube ist. Ah, stimmt. Du hast so eine Badwanne. Genau. Und danach habe ich halt den Plattenspieler sehr neu. Aha, ja. Und das hilft dann aber auch wieder. Nicht das Gefühl haben, ich muss ein Lied skippen oder was weiß ich. Sonst ist dann auf der Platte und die läuft dann einfach. Und durch das bist du dann einfach, das ist so eine, das ist so eine full on experience. Finden sind so fast schon 4D Kino. Ich habe das schon ein paar Mal in dem Shop probiert, aber unter der Dusche einfach nichts. Aber es ist nur laut. Es ist einfach nur Hintergrundlärm zu dem Und ich bin wirklich mit dem Kopf muss und der Dinge sehen, so die Regentusche anmachen. Voll, ich auch. Das hat gewechselt. Früher ist es gesehen, ich habe in der Hand die Dusche so und mittlerweile ist es so, ich muss frei. Ja. Und wirklich über den Kopf runter. Das macht nur mal ein anderes Ding als so in den Nacken rein. Voll. Ein Kollege von mir hat immer, ich weiss nicht, ob es jetzt noch macht, aber er hat immer, also immer, doch, ich glaube schon fast immer, ein Duschebier genommen. Was? Ja. Also in der Dusche ein Bier getrunken? Oder vorher und nach der Dusche? Kalt die Büchse mitgenommen zur Dusche und dann hat er weiter mit Duschen und hat er das Bier getrunken. Ja. Das haben wir im Fussball einmal gehabt, als wenn du nicht die Match gehabt hast und irgendjemand hat eine Kiste Bier hingestellt, hast du das Bier mitgenommen, bist du in die Dusche. Aber zu Hause ist ja, das ist ja nicht so bekannt. Und dann kommt Wasser rein und so, das ist jetzt nicht so. Hey, also ihr habt schon einen Kaffee mitgenommen in die Dusche. Aber du hast das nicht, also kommt nicht Wasser rein, wenn du? Nein, nicht wirklich, weil du musst halt strategisch gut anstellen, aber anscheinend ist sogar Alkohol unter der Dusche hat irgendwie einen anderen Effekt. Das kann sicher, das sollte ich mal googlen. Aber das hat mir vorhin erzählt, vor der Sauna also Alkohol, vor der Sauna ist er tot, ja. Ja, er hat ein paar glasige Rotweih trunken, sie gibt Sauna und nach der Sauna gerade Kreislaufprobleme. Ich habe mal mit mit einem einen Typen, den du auch kennst, nein, nein, dort hat es Sauna mit Vodka Tonic gegeben. Hä? Mhm. Also in der Sauna oder kurz vorher und dann rein? Währenddessen. Also quasi, du machst halt mehrere Gänge und zwischen den Gängen. Aber gehst du immer wieder raus und trinken und kommst rein? Oder bist du wirklich rein? Nach einem Gang, dann hat es Vodka Tonic, dann hat es wieder einen Gang, gell? Ich sage nicht, es ist gesund, ich sage nicht, es ist gut. Aber es war ein Erlebnis. Ja, muss den Charlie mal fragen. Nein, aber du bist noch. Okay. So. Ah, die haben ein Bier für die Dusche gekriegt. Okay, das ist nochmal etwas anderes. Ah, das ist zum dich in dem Bier waschen oder wie? Ich weiß nicht. Was es nicht alles gibt. Genau. Den Alkoholpalk können Sie damit nicht beeinflussen. Eine kalte Dusche vertreibt den Kater. Okay. Ja, also, das stimmt ja. dass, egal was man macht, man tut den Alkoholabbau nicht beschleunigen. Das Einzige, was ich glaube, beschleunigt, ist, wenn du effektiv so eine, wie nennst du das? Ivy Drip oder irgend so was machst. Was ist das? Das ist so typisch Ami Züchse. Ami Züchse. Das machen gerne Reiche. Ja, du machst einfach wie eine, du gibst dir zusätzliche Flüssigkeit per Infusion. Ah, das? Ja, sicher. Ja, also so eine Salzlösung, wo... Ja, oder einfach... Ich habe eine Krankenschwester-Kollegin, die sich das geben, wenn sie einen harten Abend hatten, dann haben sie einfach eine Salzlösung, geben sich selber Infusionen, Salzlösung. Genau. Und das hydriert natürlich und dann hast du wieder... Die schlimmsten Leute, die in der Medizin arbeiten, die genau wissen, ich wäre genauso, ich würde nur das wegen dem überhaupt lernen. Aber ich denke dann so, Alter, wenn du, wenn du mein Fuss musst operieren, ich will trotzdem, dass du acht Stunden gebeten hast. Nein, das schon. Aber... Ja, aber im Privaten, wenn du so in den Ferien kommst, einfach so eine, so ein Beutelchen mitnimmst im Handgepäck, wo alles, alles Wichtige dabei ist. Na gut, Handgepäck hat nicht 100ml Geld. Das wird anscheinend wieder geändert. Ah, wirklich endlich, Mann. Das ist so unnötig gewesen. Einer am Flughafen, wo ich das letzte Mal geflogen bin, hat mir das viel zu lange erklärt. Einer von den Security-Menschen. Ah, wirklich? Während dem Security-Check? Und auch danach. Alles schon checked. Du bist einfach dort gestanden mit ihm und dann... Und er hat dreimal die gleiche Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ja, jetzt ist es noch, aber weißt du, auf Ende, ja. Dann hat er es einfach nochmal gesagt. Hat er dich erkannt? Ich glaube, mit mir, ich glaube, die andere Person, die dabei war. Okay. Und hat dann halt sehr, sehr, sehr redenbedürftig gesehen. Ja, gut. Aber duschen, verstanden ich absolut. Richtig geil. Duschen ist wirklich... Und kann ja auch, falls man sich mal körperlich betätigt, ist es dann auch so wie eine Belohnung, eben wenn man duschen eh schon geil findet. Ja, wenn du nach dem Workout möchtest, so ein bisschen... ja. So geil. Da musst du auch ein bisschen kalt duschen und Dinge, das bringt... Also ich tue Bein kann ich kalt duschen, aber der Körper so rippengegend und so, das ist schon ein bisschen so schwach. Aber das ist aber geil, wenn du es von oben eh runterprasseln lässt, einfach switchen. Dang. So geil. Ich habe immer so Tage, wo es auch warm ist und so, und dann, wo ich einfach denke, jetzt bist du nicht so, und jetzt bist du mal stark und so. Und dann tue ich in die schwächsten Stellen einfach so herrheben. Der Beste ist wie von oben oben prasseln noch. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sollte ich es so machen. Das Ding ist halt, wenn du zum Beispiel nach der Sauna in das Becken hineinstiegst, wo so irgendwie, was hat das, 8 Grad oder was? Ist wahrscheinlich zu viel, 12 Grad oder so. Aber in das kalte Becken, dort gehst du rein und dann hast du den Effekt, dass so direkt über der Haut so wie in einem Film entsteht und wenn du dich nicht bewegst, spürst du eigentlich gar nicht, dass du im Wasser bist. Genau. Das geht. Das, das halt ja lange aus. Aber Duschen ist ein konstantes Brasseln, das, das ist so, da kannst du dich einfach nicht. Ist immer geil. Ja, ich muss mich wirklich mehr nennen. Sven und ich, wo wir im Wallis gesehen sind, hat es so eine Dorfbrunne gehabt und dann haben wir effektiv nach der Sauna, und da ist ein Teil schon eingefroren gewesen, effektiv da drin gelegen. Wow. Voll geil. Also ich fand nichts geiler, als irgendwie so in Finnland die ganze Zeit, die ganze Zeit in der Sauna sitzen und dann in das Eiswasser und dann wieder ins Sauna und dann wieder ins Eisbad. Nein, das ist jetzt nicht so viel gut. Das ist wirklich überwindig für mich. Danach, absolut, da fühlst du dich unsterblich. Ja. Ja, man ist wirklich so, da kannst du rausgehen in der tiefsten Kälte und Immunsysteme. Aber wo wir in der Schiebferde gesehen, sind wir nie in der Sauna, oder? Nein. Wusstest du mal in der Sauna? Nein. Ich bin auch nicht so der Sauna-Typ. Nicht so. Das ist lustig, man ist entweder der Typ oder nicht. Ja, also ich habe dann irgendwann, wir sind ja in der Tirol mal gewesen, und da bin ich dann auch in der Sauna. Also es hat so, also im Zimmer ist so wie so ein kleines Sauna-Ding. Ja. Und dort habe ich es dann gemacht. Ja. Und das ist schon etwas Gutes. Also du spürst wirklich so ein bisschen das Entgifte oder wie auch immer sich das nennt. Das fühlt sich dann schon gut an. Aber auch da bin ich nicht ins kalte Wasser danach. Aber man sollte nach der Sauna-Kalt duschen. Ich habe über mega lange mit dem Glauben gelebt. Ich weiß nicht, von wem ich das habe, aber das ist so ein bisschen, dass wenn du zu schnell ins kalte Wasser gehst, dass du so wie ein Herzinfarkt hast bekommen. Ah ja? Das hält den Schock. Ich kann dich wie so, ich habe immer das. Also zum Beispiel im Schwimmbien und so habe ich immer gelernt, wenn man geht ins Wasser und du ziehst so seine Ärmene und so langsam sich akklimatisieren. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so, aber es ist ja eine gewohne Sache. Also ich weiss, dass ich, wenn ich unter der Dusche kalt mache, mir passiert nichts. Für das mache ich es jetzt einfach schon zu lange. Also jetzt sind es mittlerweile tausende von Duschen. Ja, über die Jahre gerechnet. Gut, zwar einmal pro Woche. Ja, okay, hunderte. Also während dem Podcast ist viermal kalt duscht. Ja, seit wir die Sommerserien aufnehmen, schon ein paar Mal kalt duscht. Das ist so. Definitiv. Was gibt es dann schon für kleine Freude? Was gibt es für kleine ein frischbezogenes Bett? Das geilste. Es ist so krass, dass mich das jedes Mal wieder so flasht, weil es eigentlich etwas ist, was du kennst. Als frischbezogenes Bett ist wirklich... Vor allem nachdem man es noch nicht mehr so beziehen musste. Genau, das meine ich. Darum bist du ja frischbezogen. Aber du hast ja noch Arbeit gehabt, oder? Wo eigentlich nicht so geil ist. Das stimmt. Die extra Erholung von... Belohnung von dem Beziehen. Und dort ist es auch geil. So nervig. Und dort ist es auch geil, wenn man es irgendwie schon am Morgen macht. Noch nie. Ich habe immer, bevor ich gehe schlafen. Oder halt einfach nicht eben gerade, bevor man es macht. Es sind einfach schon nur drei Stunden vor. Das habe ich noch nie geschafft. Immer direkt... Mach das mal. Dann ist es so geil. Das muss perfekt sein. Weil dann ist wirklich... Wir vergessen die Mühe und dann kommst du ins Bett und du überraschst dich mit dem frischen Bett. Das ist so etwas krasses. Das ist... Ich weiss nicht, was es ist, aber es macht... Hast du auch immer das Gefühl, du pennst noch mal besser? Ja. Die erste Nacht im 5. Es ist wirklich kühleres Bett. Und nicht so durchgedrückt. Und nicht so... Ja, keine Ahnung. Es ist... Und es schmückt auch fein und so. Es ist mega... Ja. Du musst dich fest zudecken oder bist du eher so alleine? Nein, ich brauche schon ein bisschen... Ich brauche schon ein bisschen Material. Ja. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Als ich gehe reisen... Das Schlimmste, was man machen kann, ist, bevor man gut gehe reisen, geht man in eine Trance an. Was ist eine Trance? Trance ist halt einfach so... Wander... äh... Camping... So Jugendherberge? Nein, nein, nein. Lade. Ein Lade. Aha, aha. Also... Bei mir hat der Trance auch kein... Gibt es das überhaupt noch? Ja, du, schau, Trance auch zu füllen. Mhm. Ja, Travel & Outdoor. Oh, dass du dir dein Equipment kaufst, oder wie? Ja. Das ist die dümmste Idee. Ah, weil es nicht eingelaufen ist, das Zeug? Nein, noch viel schlimmer. Ähm, ich bin gegangen, weil ich, ich habe gefunden, ich brauche so einen North Face Rucksack, oder? Weil nur mit dem, das ist so ein internationales Zeichen von, ich reise. Das ist ein North Face Rucksack, oder? Ja. Und es ist halt auch wirklich praktisch, weil es ist wasserdicht und äh... Und es kann ja irgendeine andere Marke sein. Ja, aber... Lova ist zum Beispiel meine Marke. Ah, wirklich? Also meine Hoffnung ist, dass North Face das jetzt los und findet, geiles Sieg, wir schicken einen. Könnt ihr Deutsch, oder? Es ist kein bezahlter Werbung. Was ist das für ein... Von wo kommen die? Äh, ich glaube so von einem Gesicht aus dem Norden. Ich würde auch Norden... ...dehts halt. Das Nordgesicht vom Mond. Irgendein Dude, der ein mega markantes Gesicht hat. Eine Idee gehabt. Oder einer, der das Gesicht so ganz oben hat. Das ist ein nördliches Gesicht. An der Nord Face. Das ist ein sehr nördliches Gesicht. Ja, das ist irgendein Norweger, der sich das überlegt hat. I have a face, I'm from Norway. We call it North Face. Aber, was sind es? Amis. Okay. Der Norden Face. Der Norden Face. Even though I'm now in Amerika. But I am in Norden Amerika. So it's Nord Face. Norden Face. Ähm, okay. Also, ich wollte einfach so einen Rucksack wählen, oder? Und dann bin ich in diesem Transa. Und danach finde ich so... Oh. Ich habe bis vor Minuten nicht gewusst, dass es das gibt. Oh, ja. Aber das brauche ich so heftig, oder? Ja, ich habe so viel Scheiss gekauft, die ich nie brauche auf der Reise. Äh, und eins davon ist gesehen, äh, portable Decke für sehr, sehr heiße Lander. Und die kannst du dann halt so mega klein in so ein kleines Büttelchen machen, dass du eigentlich nur noch so ein bisschen mehr als ein Tennisball-Grosses-Grosses-Gnäuel hast. Also, das habe ich nie ausgepackt, weil es ist mehr zu dünn gesehen. Und dann habe ich gemerkt, auch in jedem noch so billigen Hostel ist es meistens nicht übertrieben heiß, sondern halt irgendwie, vor allem weil es eben grundsätzlich heiße Lander sind, hat es eine Art Lüftung, Klimaanlage oder was auch immer. Ja, meistens fast so zu fest. Ja, und in anderen Gebieten sind ja in der Nacht oft kühl und so, das ist in der Nacht dann schon noch easy. Und, äh, und du hast trotzdem eine Decke, so. Und, äh, nein, ich brauche, ich brauche schon ein bisschen Material, ich kann, ich kann nicht einfach so nur den Bettbezug, nur den Deckebezug ohne Decke, oder so, das schaffe ich irgendwie einfach nicht. Ja. Und lieber probiere ich, dass halt das Zimmer ein bisschen kühl ist und dafür... Ich muss auch immer lüften, das Fenster ist immer so halb auf die Kippe. Das schaffe ich aber nicht, weil ich, äh, ich, ich habe nicht so gern den Lärm am nächsten Morgen. Ja, gut. Ja, das schaffe ich nicht. Ja. Aber ja, frischbezogenes Bett. Mhm. Ja, frischbezogenes Bett ist wirklich... Weisst du, was für mich viel gut ist? Ist am Morgen, äh, eiskaltes Wasser zum Trinken. Ah, wirklich? Mhm. So geil. Und das habe ich mir jetzt, glaube ich, auch mittlerweile so antrainiert, das ist wirklich einfach, wenn ich aufstand trinke, irgendwie einen halben Liter oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt schon so, äh, in meiner inneren Uhr drin. Ich wache nicht durstig auf, aber es gibt mir so viel, wenn ich aufstand und einfach schön aus dem Kühlschrank Wasser, wo ich in eine Flasche, eben der Typ vom Obervorrat, macht das schon für den vom Kühlschrank. Und dann habe ich meine Flaschen Wasser, habe ich im Kühlschrank und dann, mmh, schön. Ja. 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 Das ist ein Vielgut von mir. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrachung, mitten in der Folge. Äh, ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen hören. Mein aktueller Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzendbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Jose Brizza und Teddy Hall. Also, geht schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann. Was gibt es noch? So kleine, kleine. Ich habe noch etwas Kleines. Mhm. Ähm, ich habe Kontaktlinsen und die muss ich ja immer in so einer Schälele tun. Mit Linsenmitteln, oder? Ah, hast du nicht, hast du Monatslinsen? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja. Weil, was gibt es Tümos? Wer datiert das? Ich habe jetzt mittlerweile, für das Jahr habe ich es endlich geschafft, dass ich es herkriege. Früher habe ich immer so probiert, im Kalender reinzutragen und was weiß ich. Und dieses Mal ist es irgendwie aufgegangen, dass es ziemlich aufs neue Jahr irgendwie Sonntag gesehen ist. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich einfach Clean Cut. Ich mache die Linse drin und dann weiß ich, es ist jeden zweiten Sonntag. Und das schafft mein Hirn nicht noch. Ja. Dass ich immer gerade zurückdenke, es ist letzten Sonntag gewesen. Nein, okay, dann ist es der nächste. Okay. Und das kriege ich jetzt eigentlich gut hin. Zum Beispiel jetzt, heute, wo wir es aufnehmen, weiß ich nächsten Sonntag wieder. Und so komme ich plus minus hin mit meinen zwei Wochen Linsen. Also, auf jeden Fall, wenn ich die zu oben rausnehme, muss ich sie in so eine Böckse tun. Ja. Und muss Linsenmittel an, wo die natürlich… Ah, die sind in der Flüssigkeit. Genau. Okay. Und was ich eigentlich mache, ich mache zuerst ein bisschen Linsenmittel drin, dann lege ich die Linse drin und dann mache ich nochmal ein bisschen drüber. So mache ich meinen Kebab. Und jetzt kommt's. In diesen zehn Sekunden fühle ich mich wie ein Barman, der so grusige Shots für die ganzen Tresen ausschenkt, oder? Weil das ist so… Ich meine, ich habe mal an einer Bar gearbeitet, aber die ist jetzt nicht gerade so shotbar gewesen. Und das habe ich immer ein bisschen benedet. Ich habe immer so gedacht, hey, Barman an sich fände ich nicht so geil. Aber so shots auszuschränken, das wäre der Shit, oder? Du machst so überall gerade oder du machst Säcke und… Manchmal mache ich es. Und das ist einfach so ein kleines Spiel, das ich mit mir selber mache. Und das ist einfach viel gut. In dem Moment ist es ein super viel guter Moment. Immer. Und das ist etwas ganz Kleines. Aber es ist so, hey, jetzt bist du schnell der Barman. Wie ist es so mit der Gesichthygiene vor dem Schlafen? Egal wenn, einfach nicht. Das ist also etwas. Wenn ich dann mal, weisst du, wenn ich immer das Ding mache, den Aufwand und wirklich so richtiges Gesicht und blau und… Und auch mal so noch Creme und so und blau und das ist auch so etwas, wo… Wo du dich am nächsten Morgen bedankst, hast du ja, das ist besser so als… Da ich in meiner Teenie-Zeit Beckham-Fan gewesen bin, bin ich natürlich sehr früh metrosexuell gewesen und hast schon sehr früh Gesichts-Creme gefrucht. Bei mir ist es aber nicht am Abend, sondern am Morgen. Ja. So, so mache ich meistens nicht mehr viel. Ja, ich kann übermorgen mich zu nichts mehr aufraffen. Ich muss am Morgen einfach aufstehen und… Und der Tag startet. Der Tag startet vor dir. Ja wirklich. Der Tag ist… Ja wirklich. Ich torkele so im Tag, wenn es gut läuft, dann mache ich es morgen und sonst erst am Mittag geht es mal los. Wirklich. Ich kann eher am Laptop sitzen, als aufstehen und direkt anfangen zu schreiben, anstatt irgendwie so ein Morgenritual zu machen. Lieber liege ich und nur tippen und… Das Problem ist, ich werde dann nicht ganz wach und das schleppe ich dann in den Tag. Ich habe über lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Somit will ich wirklich möglichst früh schnell ein Tageslicht zu sehen und entweder einen Spaziergang oder irgendwie so, kaltes Wasser trinken. Das ist fast der Cristiano Ronaldo-Routine im Fall. Er steht auf, macht Cold Plunge als erstes, steht auf, hat sein Wasser schon bereit, trinkt sein Wasser, geht raus und hat das Sonnenlicht. Es hat doch mal die Urban Legend gegeben, dass der Cristiano Ronaldo den Schlaf-Rhythmus hat, dass er… Wie geht es jetzt auf, damit es 24 Stunden werden? 16 und 8? Ja. Oder… Ah ja, genau, also… Ah ja, genau, also… All 4 Stunden… Doch, doch, genau, 18 durch 4, 8 durch 4, okay. Äh, dass er 4 Stunden wach ist, 2 Stunden pennt, 4 Stunden wach ist, 2 Stunden pennt… Irgendwenn mal… Irgendwenn hat er es aber behauptet. Neil Strauss ist so ein… Sechsmal am Tag, 90 Minuten lang, so soll Fussballstag Cristiano Ronaldo schlafen. Zweimal 4 Stunden, zweimal am Abend, einmal in den Frühmorgensstunden. So sollen es Menschen vor der Industrie-Zeitarte gemacht haben. Eben, soll! Das hat einfach irgendwann mal jemand behauptet. Wie so… Wie so der… Richard Gier hat gerne einen Hamster. Echt? Also weisst du, einfach so… Irgendwann behauptest du das mal und… Ich weiss nicht, ob es stimmt. Aber ich wüsste für mich, war es der absolute Tod. Ey, ich glaube auch, ich würde… Schlafst gar nicht ein, nachher ist es eine Stunde vorbei und eigentlich ist das deine Schlafzeit gewesen und dann nein… Vielleicht, wenn man sich den Körper wirklich daran gewöhnen kann, aber… Ja, was ist das für ein Rhythmus, Mann? Das ist so wie die Leute, die fünfmal am Tag beten, so… Du musst irgendwie die Zeit finden während des Arbeiten, während des Alltags und so, wenn du das durchbrichst. Ja, wenn halt alles auf das ausgelegt ist, dann geht es ja wieder. Genau, wenn du den Rhythmus kannst… Also wenn du die Flexibilität hast im Alltag, aber… Du kannst jetzt nicht sagen, oh nein, jetzt bin ich der S12, jetzt müsste ich eigentlich eine Viertelstunde… Easy. Wieso? Ey, du musst halt alles danach ausrichten. Brücke ist auch okay. Schlafst du auch so ein bisschen… Nein, aber ich habe gemerkt, wie Morgenritual recht viel gibt. So… Und einfach den Tag besser… Der Tag besser… Funktioniert. Ja, eigentlich schon. Also ich habe so Tage, aber es sind so einzelne. Wenn ich dann aufstehen und auch das Bett machen… Schön… Ja. Dass schon mal eins… Accomplishment so herrscht im Tag, wie so die Militärleute… Ja, wegen dem dummen YouTube-Video, gell? Ja, 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 genau. Irgendein General, der sagt, you have to make your bed in the morning. Genau, genau, genau. That's the first thing you've accomplished. Ja. So. Aber bei mir ist aber umgekehrt, wenn ich dann das erreicht habe und sage, okay, eine Errungenschaft ist da, ist so… Jetzt kann ich vier Stunden chillen, weil ich habe ja das Bett gemacht. Das habe ich auch mit zu vielen To-dos, die man dann schon erledigt hat, bevor man die richtigen Sachen macht. Ja. So, boah. Da bin ich erschöpft, aber auch diese Sachen… Ey, wie ich, wenn ich einen echten Task habe, wie ich dann fleissig bin, ja, Stabsaugen, Geschirrspüler, alles. Ja. Das ist wirklich… Das ist so. Hast du noch ein kleines Feelgut? Sonst muss ich noch überlegen. Sprich, ich werde sicher noch ein paar finden. Was hast du noch überlegt? Ich habe mir gleich mal aufgeschrieben, aber ich weiss nicht, ob ich… Flugmodus wäre ja nicht schlecht. Soll ich schnell… Ich kann eins dazwischen sagen. Mhm. Und zwar der Moment, wo der Schlaf dich am holen ist. Mhm. Weil ich bin nicht ein Mensch, der sehr schnell einschläft. Ich brauche immer eine Zeit. Okay. Das habe ich schon immer, schon immer gehabt und ich bin immer fasziniert gewesen. Mein bester Freund zum Beispiel ist so ein, die sind ja früher noch in den Ferien. Ja. Und du bist im gleichen Zimmer und wir haben ein Gespräch wie du und ich jetzt. Und während ich dir das sage, auf einmal bist du weg. Ja. Das habe ich nie können. Nie, nie, nie. Aber es gibt so Leute, die können einfach anlegen, pennen. Gibt es Sachen, die dich beschäftigen dann? Nein, natürlich. Was machst du denn, während du nicht schlafst? Pfff. Was mache ich nicht? Ja. Aber bist du auch am Handy und sowas? Oder ist das eher, du liest wach im Bett? Ich lieg wach im Bett. So. Und es ist besser geworden, aber ich muss wirklich immer noch… sehr oft muss ich etwas hören, damit ich einfach dort bleibe. Wie so eine Gute-Nacht-Geschichte früher, oder? Jetzt sind es halt mehr Podcasts, solche Sachen. Aber es gibt eben diesen Moment, bei mir geht es manchmal etwas länger, wo ich dort liege und ich merke, für mich ist es so wie so, ein Hund so von hinten. Ich merke, oh, jetzt ist gerade etwas passiert irgendwie. Meine Gedanken sind irgendeinem nahe. Ich habe jetzt auf einmal irgendein Bild vor mir gesehen, wo einfach… Es ist kognitiv nicht mehr ganz… Das Bild. Ja. Das Bild habe ich im Fall auch… Also das ist… Das… Also wirklich kristallklar zum Teil. Brudal. Und es ist zum Teil völlig absurdes Zeug. Es ist irgendwie… Ich könnte es nicht einmal beschreiben, jetzt, wenn ich darüber nachdenke. Aber keine Ahnung, jetzt denke… Ich habe gesagt, ein Sprungbrett. Weisst du, irgendjemand kumpt von dem Sprungbrett. Oder irgendetwas. Es kommt so… Es ist wie so ein Vortraum, ganz kurz. Und ich spüre, wenn er so… Der Schlaf holt mich so von hinten. Er zieht mich schon so ein bisschen wie einmal. Und das merke ich dann nochmal. Und das finde ich so geil. Ja. Das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass dann etwas passiert. Also weisst du, irgendwie Geräusche oder was so. Dann weiss ich jetzt… Jetzt bin ich wieder… Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Mega. Hast du das Erdbebe mitbekommen vor ein paar Wochen? Ich habe mitbekommen, dass eines gegeben hat. Aber ich habe es glaube ich selber nicht mitbekommen. 4,2 oder irgendwas. Das war recht heftig. Ja. Ist so bei Lörracht jetzt in der Gegend. Darum Basel. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass ich es aktiv mitbekommen habe. Das war genau so ein Moment gewesen. Es war 3 am Morgen oder so. Ich bin endlich, weisst du, mein Zeug fertig gemacht. Bin ins Bett gelegen. Liege vorne und es kommen so. Ah geil, cool, bla bla bla. Und dann macht es plötzlich… Und ich habe zum ersten Mal im Leben überhaupt das Erdbebe bewusst mitbekommen. Ja. Und es ist so… Schrägssinn. Dann konnte ich auch nicht mehr schlafen. Nein, es ist einfach so… Ich habe nicht gecheckt, was das ist. Es ist einfach so, das ganze Haus hat… Ja. Vom anderen Ecken gerüttelt. Ja, ja. Es ist nicht etwas kommt, wie ein Donner, der irgendwie da etwas bewegt. Sondern alles… Das habe ich leider schon viel zu oft erlebt. Wegen des Basel letzten Zeit lang auch Geothermie-Bohrungen, die effektiv Erdbeben ausgelöst haben. Ah was. Danach habe ich es geschafft… Gut, das ist, ich glaube, egal wo, nicht so schwierig, aber ich habe es wirklich geschafft, immer dort anzuziehen, wo dann eine Baustelle vor der Hütte gewesen ist. Und bei der einen ist es wirklich, da haben sie die Gleise ersetzt. Also es sind wirklich fucking… Aber dann kannst du die Mietreduktion verlangen und so. Ja. Kannst. Ja. Also zu ehrlich weiss ich, was sie das gemacht haben in Sachen… Und da haben sie dann wirklich den Boden rausgenommen, den ganzen Boden mit den Gleisen und so, oder? Und… Und… Altbau… Das heisst, du hast wirklich im Bett geschüttelt. So. Und es ist dann also in so regelmässigen Abstand. Das macht es fast noch schlimmer, weisst? Aber natürlich nicht auf Sekunden genau regelmässig, sondern sie haben etwas zu tun. Einfach Zufall. Irgendwann kommt es wieder. Genau. Aber du hast jedes Mal das Gefühl von, oh mein Gott, endlich. So wie wenn du die Lüftung abstellst in der Küche. Kennst du das, wenn die Lüftung läuft, kochen und dann läuft die, läuft die, läuft die. Ja, ja, ja. Voll. Darum, das ist ein Feelgood von mir, wenn ich weiss, der Schlaf holt mich. Also Träume finde ich allgemein etwas Feelgoodmässiges. Ja. Wenn du morgen aufstehst und du hast einen mega, wirklich visuell starken Traum gehabt. Mhm. Hast du schon mal geschafft, im Traum wach zu werden? Ja. Also den Traum realisieren? Nach dem Inception geschaut habe ich mich sehr mit Lucid Dreaming beschäftigt, habe wirklich ein paar Sachen darüber gelesen und Videos geschaut und so. Hast du schon angefangen, solche Dinge zu machen, so die Hände anzuschauen und ... Und dann habe ich einen, habe ich wirklich, habe ich von A bis Z, also A bis Z klingt so blöd, aber einen habe ich wirklich geschafft, wo ich gefunden habe, ah, ich mache jetzt wie in Inception, mache ich jetzt die Häuser bewegen, lasse sie so zusammenkommen und wieder auseinander und was weiss ich, und dann bin ich fliegen. Aber wie lange ist das? Also jetzt in der Traumzeit? In der Traumzeit? In der Traumzeit vielleicht 10 Minuten? Wirklich? Das heisst in 8, vielleicht 20 Sekunden? I don't know. Nicht einmal, aber das ist sehr krass, 10 Minuten vom Gefühl her, weil bei mir sind wir, ich spüre es, und dann mache ich etwas sehr dummes, und dann bist du sofort weg. Ja, 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 dann bist du aufgemacht. Ich schaffe es nie, das aufrecht zu erhalten. Das wäre ... Aber dort habe ich es einmal geschafft. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, auch zu fest das Gefühl von Befriedigung gehabt, dass ich es nicht mehr probiert habe. Weisst du, ich habe es ja gemacht. Aber du hast es wirklich dir selber wie beigebracht, ein wenig daran gearbeitet. Ja, ich wollte es wirklich. Was hast du für Übungen gemacht? Ich habe nicht mega Übungen gemacht, sondern einfach, ich glaube, weil ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, für diese Zeit. Okay. Es ist so lange her. Wie lange ist Inception her? 2011 oder irgendwas? Ah, ja. 2009? Ich weiss nicht mehr. Könnte alles sich. Vielleicht auch 2006. Auf jeden Fall habe ich irgendwie gesehen, dass, wenn du diesen Moment bekommst, dass du Ruhe bewahren musst. Und dass du es langsam angehst. Einfach so ein paar Pointers, die ich damals gelesen habe. Ich kann es dir jetzt nicht mehr genau sagen. So. Aber einfach, ich glaube schon nur, weil ich mich viel damit beschäftigt habe. Ja. Und es hat eben ein paar Mal nicht geklappt. Ja. Und ich glaube schon nur, von dem habe ich dann wie gelehrt gehabt. Ah, okay, mach das nicht mehr, mach das nicht mehr. Was ich dann ... Durch das auch passiert ist, ist, dass ich zum Teil dann nicht ... Ich habe nicht den Traum kontrolliert, aber ich bin nicht aufgewachen, wenn man normalerweise aufwacht. Das heisst, der Klassiker ist ja zum Beispiel ... Wenn du irgendwo aufprallst oder so. Ich habe einen gehabt, wo ich im Mittelalter gefühlt irgendwie von einem Katapult in die Luft gespickt werde. Mhm. Und dann fliegst und fliegst und fliegst und fliegst. Und irgendwann kommt der Wald, und der Boden kommt näher. Ja. Und dann bin ich aber nicht aufgewachen beim Aufprall, sondern bin nochmal wie so abgebounced und bin weitergespickt, so. Das passiert mir, aber ich pralle nicht wirklich auf, sondern ich komme näher, und dann pralle ich ... Also komm ich doch nicht an, und komm ich doch nicht an, komm ich doch nicht an, und dann wache ich auf, aber der Aufprall ist richtig ... Voll. Krass. Ja. Und dann habe ich gemerkt, es macht nicht weh. Komisch, weisst du? So etwas wie das. Träume sind sowieso ... Das ist ... fucking hilarious. Ich musste einmal anrufen, weisst du noch? Weil das Bild, genau das ist es gewesen, bevor ich hinschlafen war, war einmal das Bild dein Kopf gewesen. Was? Ja. Und logischerweise riesig. Aber so richtig, du bist so richtig bei mir gewesen, und dann habe ich mir das noch kurz erinnert, bevor ich dann eingeschlafen bin, und dann habe ich den angerufen, dann habe ich gesagt, dass ich dich kurz eben gesehen habe, bevor ich eingeschlafen bin, oder beim Traum, oder was auch immer. Das weiss ich gar nicht mehr. Doch, dass ich dann dachte, fuck, ich muss den Cenk anrufen. Nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist etwas passiert, oder was weiss ich, sondern einfach irgendwie so ... Keine Ahnung, was es ist, aber ich muss einfach ... Ja. Weil der grosse Kopf mir so fest ... So krass. So krass. Und ein anderes Mal, lustigerweise, ich träume nicht oft von effektiven Personen, aber ich habe immer so, man kann nicht sagen Albträume, aber der Klassiker ist irgendwie Shows, wo etwas nicht richtig funktioniert, und es ist oft nicht in deiner Kontrolle, oder? Hey, das unvorbereitet auftreten, und so ein Lech. Genau. Und eine davon ist gesehen, eine Version von der Swiss Comedy Night, in so einem riesen Saal, ähnlich wie das Stadtcasino, aber nicht wirklich, und wo ich komme, hat die Show schon angefangen. Mhm. Ich komme überhaupt da ins Backstage, und die Show läuft schon. Ja. Und ich so, aber die sollte noch nicht laufen. Und du bist der, der auf der Bühne ist. Krass. Aber das Schlimme ist, es war auch nicht der Bühne, sonst ist nur so ein hellbraunes Podest gewesen, wo so wie so in Spitz gegangen ist, und du bist so ein bisschen wie zu fest bei den Leuten, und der Saal ist aber irgendwie nur so ein Drittel voll. Mhm. Und du hast aber recht gut funktioniert, aber das ist für mich wie nur so ein Seitenbild gesehen, dass ich so schnell in den Saal schaue, und danach bin ich dran. Ja. Aber eben, ich bin nicht vorbereitet, und ich weiss gar nicht, was passiert, und irgendwie der Ablauf stimmt nicht. Das ist eigentlich der Letzte, den ich hatte von so Showträumen, und irgendwie etwas. Ja. Hast du auch so, das Publikum ist gar nicht vor dir, sondern es ist Neumetz, und das ist irgendwie... Ja. Das Schlimmste, was ich hatte, ist, ich habe es weniger mit Stand-up, sondern ich habe es mehr mit Shows, die ich veranstalte. Ah, ja. Also weisst du, wo dann mein Part nicht wirklich darauf dreht, schon auch, aber ich habe es zum Beispiel, als ich noch die Primetime Show gemacht habe, dort habe ich sehr oft so Albträume sozusagen gehabt, und einmal hast du gesehen, die Primetime Show findet im Dschungel statt. Und irgendwie, ich bin zu spät, So cool. Und Zuschauerreihe. Wo bist du gewesen, dass du zu spät kommst im Dschungel? Eben. Und so das Publikum ist nur auf so grossen Felsen, einfach so klassisch viereckige Felsen, einfach so Balken für Balken, aber es sind mega wenig, und ich musste durch die Leute, ich musste auf die Bühne, in diesem Dschungel, und ich hatte nichts. I had nothing. Wirklich gar nichts. Ja, ja, ja. Das ist das Gefühl immer, ja. So weird. So, und das funktioniert aber gleich. Also die Leute lachen, oder wie ist es? Teils, teils. Weil ich auch das oft, dass ich so voll umvorbereitet bin, und ich check gar nicht, erzähle ich etwas, erzähle ich nichts, aber die Leute sind am durchgedrehen. Die Leute lachen mega, und es läuft, das funktioniert verdammt, und es ist so... Hä? Das sind keine Träume, das ist bei dir einfach... Ja, das sind die echten Aufträume. Aber ich dachte, ich habe noch gar noch nichts gesagt, weißt du? Das hat nichts mit den Träumen zu tun. Heißt du, dass du mit so Promis unterwegs bist? Voll. Voll. Wer ist so dein Promi, mit wem bist du so? Hey, äh... Für mich ist es richtig... Unmöglich. Unmöglich. Okay. Hey, einmal, und ich habe keinen Bezug, also auch nicht wirklich, ich höre auch nicht wirklich viel Musik, oder so von ihm. Einmal bin ich an einem Festival Backstage mit dem Chris Martin. Und... Äh... Und er... Er hat, glaube ich, gekokst. Aber ich habe im Traum, ich habe, glaube ich, irgendetwas anderes gehabt, und darum habe ich dann nicht... Er hat mir einen Koks angeboten, und ich so, nein, nein, aber ich bin irgendwie... LSD und... Ja, ich bin etwas anderem, ich kann das jetzt nicht nehmen. Ja. Und dann ist er irgendwie verschwunden. So. Das ist einer gewesen. Äh... Und einmal, habe ich in einem Traum, habe ich im Lift, dem Stephen Colbert... Äh... Begegnet. Und, äh... Also das ist jetzt sehr persönlich. Achtung. Äh... Da ist mein Vater krank gewesen. Und irgendwie hat im Lift, der Stephen Colbert, mich gefragt, wie es meinem Vater geht. Krass. So. Und irgendwie hat das dann so eine Connection gegeben, und das ist in der Zeit gewesen, wo ich in acht nicht habe können heulen. Mhm. Weisst du, das hat sich irgendwie so komplett verzögert. Habe ich ja dann im einen Programm erzählt, wie ich dann, wo ich im Auto endlich allein bin, und auf dem fucking Freeway in den USA fahre. Ja, ja, ja. Wie es dann dort sich endlich löst, so, oder? Aber im Traum habe ich dort geheult. Und dann habe ich einfach im Lift, dem Colbert, der, glaube ich, gerade vor der Show gesehen ist, weil er ist im Anzug und alles, habe ich ihm so in die Schultern geheult. Krass. So weird, wie man das Zeug probiert zu verarbeiten, also. Ja, ja. So, aber jetzt... Stell dir vor, der Colbert hatte gleich Traum gehabt und er hatte keine Ahnung, wer der Dude ist. Der Dude? Ja. Also, er fragt aus Anstand, wie gut es seinem Vater Ja, ja, ja. Und er wurde abfällig. Aber man wüsste es nicht, weißt du, ich habe lustigerweise wirklich mehrere Mal, ich bin voll nicht Fan von ihm, oder weißt du, etwas Spezielles oder so, mit dem Cristiano Ronaldo, einfach chillt. Ja, aber er beschäftigt dich schon, du hast ja vor, dass du sein Morgenregime hast. Ja, ja, das ist so die YouTube-Videos und so, vielleicht geht das so unterbewusst irgendwie rein oder so. Ja. Aber wirklich, weißt du, so eine coole, so wie wenn wir Kollegen machen, einfach wirklich, wir haben schon die Schuette zusammen und das ist so, man geht einkaufen und so, so ganz normale Sachen. Gut, mit Conan bin ich auch schon gehängt. Ja. Ja, das ist gar nicht so lange her, aber ich weiss den Traum nicht mehr genau. Ich weiss nur noch, dass du es dir auch nicht erzählt hast. Oft weisst du ja nur noch nach der Verzählung überhaupt noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist eh, eben wachst du auf und dann hast du. Das ist so etwas und immer so zu übertriebene Stars, ich weiss gar nicht, ich glaube 50 Cent, Eminem, die Gelegenheit ist auch schon rum gewesen. Und es ist immer so, wie ich lehre sie dann so kennen, wie sie wirklich sind und sie sind mega gute Leute und ich bin auch nicht so starstruck oder so, ich bin so ganz normal mit ihnen. Genau, sie sind ja dann die New Buddies, oder? Ich bin so, hey, willst du noch rösten oder nicht? Soll ich mir das nicht haben? Das wäre ein mega viel gute Moment. Obwohl man sollte die Leute nicht kennenlernen eigentlich. Hey, ja. Je nachdem wahr. Wie? Eben, je nachdem wahr. So. Und an dieser Stelle hört die Folge jetzt ein bisschen abrupt auf, weil Cenk und ich haben fast 90 Minuten am Stück geredet, das hätten eigentlich zwei einzelne Folgen sollten werden, aber wir sind so im Redenfluss gesehen, dass wir gefunden haben, wir behalten es bei und somit haben wir jetzt ein bisschen mehr als 50 Minuten diese Woche gekriegt und die anderen denen, ja, vielleicht noch 35, 36 Minuten oder so, gibt es denen nächste Woche in der nächsten Folge. Das war's. Das war's. Bis dann. 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 Bis dann.